Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Masterbetters mit MrSigSigRig und Noise, grüßt euch! Hallo! Hallo! Oh! Chicken! Chicken soll man bauen? Wie viele? Wo ist denn hier der Chicken Spawner? So viel wie du schaffst! Wo ist denn hier der Chicken Spawner? Das wär jetzt auch meine Frage, wie spawnt ich Chicken? Soll ich das einfach mal machen? Ich... Na wenn wir das alle jetzt machen, ist das doof, ne? Ne Quatsch! Aber ich hab überhaupt keine Ahnung wie ich jetzt so einen Hoden bauen soll. Oh ja... Blöcken und so, ne? So ein Küken eher... Hat er das laut gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich werde das wieder gnadenlos verkacken, glaub ich. Yes, we like chicken! Ich hab das im Gefühl, ich hab noch nicht mal begonnen. Hm... Aber so ein ähnliches Gefühl hab ich auch. Ja? Echt? Was? Was? Wie? Achso... Oh ja, Mensch. Das wusste ich doch. Warum? Fuck ey. Backe, Backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Sagst du? Ja. Wer will schlimme Dinge machen, der muss haben Bildo-Sachen. Boah! Hat da schon wieder Logosies! In dem seinem Kopf, ich versteh das nicht. Ja, du verstehst das nicht, das verwundert mich jetzt aber. Warum? Warum? Wo stehst du es denn? Nee, aber du solltest ja wenigstens dich selbst verstehen können. Pfff! Wo stehst du dich immer selbst? Ja, wie stimmt das denn? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh ist das hässlich! Ich glaube ich hab wieder zu groß gebaut, ich werd nicht fertig. Oh Scheiße! Könnte auch mein Problem werden. Ich hab mich grad verrannt. Du sollst ja nicht rennen, du sollst ja bauen. Drei Minuten noch. Haben wir wieder so einen kurzen Server rausgefunden, ja? Einen kurzen? Ja, wo wir das letzte Mal gespielt haben, da war's doch hier, da war, da hattest du gefühlt die halbe Zeit auch rum und dann stand da noch zehn Minuten. Weißt du? Der letzte Mal war's irgendwie zeitlich total unterschiedlich. Entspannend. Ja. Das findet ihr entspannt, okay. Ne, das letzte Mal war's zeitlich entspannt. Da war primär Zeit, gefühlt. Ja, ich find das heute auch total entspannt, deswegen mach ich das auch so gut, weißt du? Also man sieht ja... Ja, natürlich. Also, ne? Also wenn das mal nicht entspannt ist, ja. Weil ich auch ja schon so lange Minecraft spiele und total den Plan von dem Spiel habe, deswegen sieht das super aus hier, weil Minecraft auch hochkomplex ist. Ja. Ja, hallo? Ich hab grad mal die Füße gebaut. Oh Gott. Mann, ey, bin ich schnell. Echt jetzt? Ach kommt ja, da wird ein übelstes Meisterwerk hingebaut. Ja, ja. Ich denke auch. Meisterwerk, ja. Ich denke auch. Da brauchst du mal übelst in Meisterwerks. Werks? Meister-Twerks, äh, Twerks, äh, Werks. Uh, zwei Minuten noch. Na, da kann ich ja nochmal neu ankommen. Ja, easy. Da kann ich ja... Ja, wollte ich grad sagen. Nochmal. Nochmal ein easy Neubeginn. Irgendwie sieht das komisch aus. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, was ich mache. Leute. Ein Flügel, so, 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 so. So. Ein Geschenk von zehn Punkten. Easy. Leute, jetzt müsst ihr mir bloß mal kurz sagen, wie man eine Fritteuse baut. Warte mal. Aber wenn ich das Spiel hier wieder so spiele, ne, dann hätte ich ja auch wieder, äh, äh, Gefühle. Ne? Warten für welche? Ja, also ich, äh, könnte mal weiterspielen. Hast du Sehnsucht? Ja, ein wenig. Zur Höhlenstadt? Ja. Na, da müssen wir uns aber noch ein bisschen am Finger ziehen. Oh ja. Auf jeden Fall. Aber so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Huhn scheißt ja auch, ne? Also mache ich erstmal hier unten noch ein bisschen Scheiße hin. Achso, ich dachte, du solltest schon wieder ein Feld einbauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin für meine Verhältnisse bin ich ziemlich glücklich, ne? Ich bin auch schon relativ fertig, das wundert mich eigentlich ein bisschen. Ich bin, ich bin vor allem zufrieden. Das ist sowas ganz Neues. Gewöhn dich nicht an das Gefühl. Ja, ne? Das ist irgendwie... Wie macht man denn... Wie macht man denn... Äh, äh... Frag... Fragfexor. Fragfexor. Nein! 15 Sekunden? Oh mein Gott, ich hab grad mal Flügel dran gemacht. Ja, easy! Das ist... Nein! Das ist Meisterwerk! Fünf Sekunden. Das schaff ich nicht mehr hier, was ich noch... Ach, kacke. Time is up. Time is up. Ja gut, dann äh... Bewertung bitte. Ja, ja. So. Hui. Oh. 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 Nexie. Find ich okay. Das find ich... Everything is awesome. Ja. Das war... Wer hat das wohl gebaut? Nebel Nemo! Nebel Nemo! Nebel Nemo! Nebel Nemo! Die alte Sau! Der nebelt sich erst mal rein! Oh! Das sieht doch gut aus! Ein Buddha Hühnchen! Ja, ne? Hat so... Sieht ein bisschen aus wie ein Karate Chicken! Ja! Das ist voll okay! Aber das ist voll... Voll... Voll amazing ist das! Oh! Hey! Nice! Hab gesagt, ich bin zufrieden! Was ist denn Jens? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das Huhn... Red Nose Huhn. Das sieht eigenartig aus, ne? Ja, ist okay. Aber ich find's voll gelungen! Ist das ein Neusalter? Ja! Fuck! Die Füße, Alter! Oh! Da steht einer in der Luft! Joa, das ist auch... Joa, gut! Das... Na, das ist amazing! Komm! Das find ich schon amazing! Ich find's gut! Man sieht, dass es ein Huhn ist! Im Vergleich zu dem, was ich gebaut hab, ist das... Jesse Harday! Ach, deswegen hast du... Ist das sehr, sehr gut! Na klar! Oh, das ist ja hier wieder... Das sieht richtig... Boah! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist wirklich nicht gut! Das find ich gar nicht gut! Aber es hat ein bisschen was von Dark Wind Duck irgendwie! Nee! Mit der... Mit der Augenmaske da oben! Nee! Echt! Also... Der... Der gute Rick führt uns heute hier... Oh! Oh! Da ist jemand nicht fertig geworden! Ich hab gerade noch Flügel gebaut! Hm? Rick... Okay! Oh, guck mal! Hier sind Hühner drin! Ja! Die hab ich mir als Vorlage genommen! Finde ich irgendwie witzig, dass das keiner tatsächlich irgendwie gemacht hat! Einfach nur einen Hühnerstall zu bauen! Ja! Oh, das ist ein Pikachu-Hühnchen! Guck mal! Das ist eine Ente! Ein Pikachu-Hühnchen? Nee! Das ist Fexus eins, oder? Komisches Viech ist das! Fexus, das ist deins? Das ist ein Hühn... Das ist ein kleines Küken! Aha! Das daraus werden... Daraus werden Chicken McNuggets gemacht! Oh! Das ist cool! Das sieht gut aus! Das sieht ähnlich aus wie das, was ich versucht hab! Aber hier ist jemand fertig geworden! Gefällt! Ja! Finde ich auch gut! Ja! Das äh... Kann was! Also mehr als meins auf jeden Fall! Die Gebuina! Darf gewinnen! Oh! Guck mal! Oh! Lila Füße! Gefällt mir! Eine Gans! Das ist kein Kuhn! Der hat halt ein Loch! Na! Das Weihnachten-Gans! Das ist schon ausgehöhlt! Hinten hat's ein Loch! Hinten hat's ein Loch! Hinten hat's ein Loch! Hinten hat's ein Loch! Die... Pet! Pet und Pat aus dem Wellenbad! Nebel Nemo hat gewonnen! Der Erste! Oh guck mal! Der hat der Mr. Sick! Der ist sogar auf dem 4. Platz mit seinem Kuhn! Oh nein! Ich bin sogar vor Fexter! Was? Ja weil ihr alle keine Küken mögt! Geil! Ja! Schöne Runde! Den Küken feindlich! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Also nächste Woche! Tschüss! Bis dann! Tschüss! Ciao.